Denen schmeckt's. Tja, und auch wenn's heute nicht überall strahlend sonnig war, es ist Sommer und da sitzt und isst man gern draußen, nicht nur im Freibad. Und wer neben heißem Grillfleisch gern auch eine leckere Erfrischung möchte, für den hat Eva Nusshardt jetzt ein schnelles, aber raffiniertes Sommerschmankerl. Das 1730 Sat.1 Bayern Sommerschmankerl. Gurken-Sommerröllchen. Dafür brauchen Sie Gurken, Balkankäse, eine Zitrone, Naturjoghurt, Dill, getrocknete Tomaten, Oliven, Pfeffer, Bambusspieße. Halbieren Sie die Gurke und schneiden Sie sie mit einem Gemüsehobel in dünne Scheiben. Den Balkankäse in einer Schüssel zerdrücken. Und anschließend mit dem Joghurt, den klein geschnittenen Oliven und Tomaten, dem gehackten Dill und etwas Zitronensaft vermengen. Zum Schluss mit etwas Pfeffer abschmecken. Einen Teelöffel der Käsemischung an das Ende einer Gurkenscheibe platzieren und vorsichtig aufrollen. Die Gurkenröllchen bis zum Servieren kaltstellen. und die Gurkenröllchen bis zum Zitronensaft vermengen. 2 und die Gähce bis zum Zitronensaft vermengen. 2 und die Gähce-Bereckung an das Ende der Märkte.